Nach dem letzten Streich sollte das blau-weisse Ensemble des Stadtklubs eigentlich komplett sein. Rolf Ringer hat es schon angetönt. Nach dem Abgang bzw. Verkauf von Adrian Nicci hat mir die Augen ganz gross gemacht und umgeschaut nach einer neuen Verpflichtung. Und diese Verpflichtung hat vor ein paar Minuten in der FCZ-Geschäftsstelle unterschrieben. Hallo zusammen, hier ist Davide Ciumiento. Ich bin jetzt hier in Zürich und freue mich, die Saison zu anfangen mit dem FCZ. Den Trainer kenne ich sehr gut und das war natürlich ein wichtiger Grund für mich, um hierher zu kommen, außer natürlich auch, dass ich sehe, dass von Prezi und Herr Pickel sehr viel gekommen ist. Aber vom Trainer haben wir sehr gute Gespräche und das war für mich sehr, sehr wichtig für einen Spieler. Das Vertrauen des Trainers kann den Unterschied machen. Ich bin sehr motiviert und natürlich spielfreudig und hoffe, dass ich der Offensive vom FCZ helfen kann und den Unterschied ausmachen kann.